zurück wie man vielleicht sieht ich habe ein bisschen was verändert wirklich in der hoffnung durch diese änderung stream nie aufhören muss aber sehr wird das nichts wenn ich nichts machen kann und eine ganze zusammenbricht wie ist das dann erst wenn hier alles rumbuselt wie ist das ganze dann alle erst wenn ich hier die leute wuseln lasse so wieviel fps gibt mir das spiel denn so 1280 ich will die im com bayern breitbild die blöde und ticke andere radikate Lösung Wir speichern in der Steam Cloud das Ganze ab Ich werde eben meinen PC neu starten in der Hoffnung dass das alles beendet äh und wir sehen uns gleich wieder